So Freunde, ich befinde mich auf der A5, nördlich von Wien nach Grott, nach oben, nach Norden eben. Und wie ich feststellen muss, spart die Asfinac auch hier bei der Schneeräumung. Die sind wahrscheinlich überrascht worden. Es ist Jänner und es ist natürlich nicht so gang und gäbe, dass jetzt der Schnee fällt. Also eindeutig, damit haben Sie sicher nicht gerechnet, dass so viel Schnee liegt. Oder das Schneefallen kentert heute, so wie es mir im Radio dann bekannt geben. Wir sind eh auf alles vorbereitet. Der Schnee kann kommen. Naja, jetzt ist der Schnee da und gekommen ist niemand. Und der Clou ist daran, es schneit hier nicht mal. Also das ist schon länger nicht gerampft worden. Bist du deppert. Alter Schwele. Sie verscheißen uns egal wo. Egal wo wir hier schauen. Egal. Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist Montag, der 7. Jänner, gell? 2019. Muss man das auch haben. Da haben wir es. Hochleiten, Raststation. Das ist ein Wahnsinn. So, das ist schon sehr interessant. Wir haben jetzt Mitternacht, sprich so drei Stunden später. Und es ist immer noch nichts geräumt. Naja, es ist doch sehr überraschend gekommen. Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber ich bin auch überrascht, dass die so überrascht sind, dass das überraschend gekommen ist. Es ist überraschend. Punkt aus, fertig. Und Gott sei Dank ist es doch sehr rutschig. Ja. Also es ist da so eine kleine Eisschicht auch am Beton auf der Straße. Also richtig Leihwand zum Fahren. Und ich freue mich eigentlich, weil ich ja das unterstütze mit meiner Vignette, die ich jetzt im Jänner ja noch kaufen werde, für das nächste Jahr, fühle ich mich richtig gut, dass ich das Geld in die richtige Richtung investiere. Das macht Freude. Also, wir bleiben alle sehr fröhlich. Hahaha, Wahnsinn. Wiederschauen.